und damit hi und welcome to vlog tag nummero drei oder auch anders genannt erster tag wesselmania der tag geht auch schon direkt mit knallgas los ich muss in 20 minuten sein dann gehen wir zu nxt ist auch wieder in der kryptonien aber gestern smackdown war danach weiß ich gar nicht da haben wir kurz ein zwei stündchen luft und dann fahren wir schon zum sophie stadium das ist der plan ich habe gestern vergessen euch zu zeigen was ich mir im superstore so alles gekauft habe werde ich alles zeigen außer meine wrestlemania klamotten aber die zeige euch nicht das seht ihr das seht ihr dann es gibt eine sehr schlechte nachricht weniger für euch sondern eher für mich ich bin anscheinend wieder krank was soll das mein hals ist komplett zerschossen ich die ganzen klimaanlagen machen mir hier das leben absolut zur hölle egal wo du hier sitzt ob in restaurant in in der halle da in ich habe hier schon ausgemacht wo ich reingekommen bin aber überall lobby aufzug überall klima 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 hat er klima ja das ist jetzt gerade ein bisschen kacke ich habe schon geguckt ob hier salz ist aber hier ist nirgendwo salz jetzt muss ich mal gucken ob ich da irgendwo her bekomme ein bisschen salz gurgeln das soll ja so ein bisschen daraus ziehen alter hausfrauen trick ladies wetter ist wieder eine 10 von 10 er könnte 23 grad wärmer sein aber wolke sehe ich hier nicht noch chance wieder mal ein schöner tag in los angeles so das erste was ich mir geholt habe ja hier das t-shirt auf jeden fall so ein bisschen klassischer angehaut aber ich fand das gut weil es ein bisschen schlicht ist dann mit den ärmeln hier noch so ein bisschen abgesetzt mit dem blau kann man machen wesselmania becher denke ich ist eigentlich ein safes dingen dass man so was mitnimmt kosten tatsächlich ich glaube fünf dollar so ein öllimann becher hier wie viel hat er ich würde sagen zwei liter steht natürlich nicht gut aber im prinzip wie gesagt die komplette match card durcheinander drauf habe ich zwei drei stück mitgenommen sind nice ist ein cooles erinnerungsstück und für fünf dollar man ist nur einmal hier dann einmal dieses wrestlemania shirt mit hinten drauf dann noch ich war hier mit dem datum ich muss ganz ehrlich sagen war schon mal bessere t-shirt quali die t-shirts wirken sehr sehr dünn und für den preis ist das schon hart und du musst hier gefühlt zwei nummern größer nehmen wie du in europa hast aber hey man ist nur einmal hier also pro shirt könnt ihr einfach straight 40 dollar rechnen ja also ich glaube da waren zwei shirts die ein bisschen günstiger waren der rest ist alles 40 dollar dann habe ich mir noch so ein magnet geholt ich weiß nicht ist das bei euch auch so wir haben einen kühlschrank an der seite so richtig klischeehaft überall wo man ist nimmt man so ein magnet mit mit dem dingen ich habe jetzt auch so ein wrestlemania stern hier mitgenommen auch der kommt dahin wo man so überall war ja wir haben das aus freizeit parks und keine ahnung was noch alles haben wir am kühlschrank hängt er wird auch da hinkommen ich weiß gar nicht was der gekostet hat ich glaube auch um die fünf dollar meine ich habe ja ja und dann mir den geholt aber er gehört zu meinem bestem man ja auch von daher kann ich euch hier nicht zeigen was drin ist das werdet ihr den werdet ihr später sehen quasi ein wrestling für euer handgelenk könnt ihr euch so als armen dingen drum machen ich hätte noch jemand anderen der sich was anderes geholt hat aber dann müsst ihr da die videos abchecken bei rené und das war es bisher ja ist tatsächlich gar nicht so viel jetzt fehlt nur noch was ihr nicht gesehen habt ein t-shirt eine jacke und der gürtel wo ihr gerade schon das gehäuse gesehen habt so ansonsten habe ich noch nichts geholt es gibt noch so eine filmklappe mit wrestlinggürtel drin mit i was here oder so ein quatsch sieht auch geil aus aber ich weiß nicht ich muss meine flocken auch zusammenhalten weil wir danach auch noch weiter hier bleiben da wird es auch nicht billig ja ladies ich mache mich jetzt ready dann gehen wir zur nxt ich muss auf die handykamera umschalten leider leider ich hoffe das ist kein problem aber ja zu wrestlemania es ist geplant dass wir normale kameras mitnehmen dürfen ich hoffe das funktioniert falls nicht dann haben wir bei wrestlemania auch nur eine handycam weil ich meine gesehen zu haben die quali müsste annehmbar gewesen sein falls nicht tut es mir leid es geht halt nicht anders daumen nach oben ein träumchen übrigens war ein sehr sehr langer pro polo ich bin noch gar nicht wach alter ich bin wach ich bin nicht wach ich bin krank ich bin dings ach ja und hier dann habe ich auch geholt prime energy blaubeere lemon lime hydration hat 1,99 gekostet und der dings keine ahnung da ist so ein klassisches dinge wenn ihr hier bist das werden wir aber nach nxt werden wir das mal süppeln nehme ich auch auf video auf leute interessiert hat ja immer ich weiß gar nicht wir werden gesagt hat hat 20 kostet 20 euro plan und hat ja auch match der branne von daher bin ich nicht quatschen scheiße wir sehen uns gleich wieder so was geht ab ich fühle mich ein bisschen krank ist mir scheißegal ich renne ein t-shirt rum jungen es ist einfach warm hier ne 9 uhr ich würde sagen 17 grad die sich anfühlen wie 16 grad wir machen uns jetzt wieder auf den weg nach nxt und ist auch wieder am start wenn ihr mit malo sagen ich werde immer so alle alle drei drei stunden wach also nur so wach und danach bin ich weiter keine ahnung mein schädel hat sich anscheinend noch nicht auf die zeit eingestellt der rest ist eigentlich bei mir relativ wie sie hatte gestern kurz bei der hall of fame so einen toten toten punkt ich dachte dass das ist gar nicht aufzureden aber ansonsten geht das eigentlich das auch so eine typische amerikanische gasse hier ne diesen komischen zäunen hier alles folge taggt hier mit den spray dosen irgendwie so einen random parkplatz er einfach mit ihm drin ist beruhig dich bruder aber was ich auch sagen muss was ich gestern schon was wir gestern schon wieder erlebt haben wir sind zu smackdown gegangen einer von uns hatte so ein ich weiß nicht so ein licht noch mit von der kamera hat so ein bisschen professioneller aussah das durfte man nicht mit rein nehmen und wir haben probleme und er musste dann abgeben am ende des tages ich weiß nicht wie oft der security typ an der tür danach noch mal zu jespa kam der kameramann dort hinten und sich mehrfach bei ihm entschuldigt hat dass er leider nicht anders kann so jetzt so ein richtig schlechtes gewissen gab der security wo ich mir da wo ich kenne sowas nicht wenn ich in deutschland auch eine veranstaltung geht und mir nimmt ein security was weg der lacht mich eher noch aus für meine doofheit oder keine ahnung was aber der wird sich niemals entschuldigen oh ja sorry was weiß ich zumindest auf den veranstaltungen ich war das ist das jeder entschuldigt sich hier gefühlt für alles wo rené und ich uns dann denken auch im superstore gestern wieder an der kasse da war vorher eine person da hat es ein bisschen länger gedauert so als auch kein problem er hat sich so oft entschuldigt dann bei mir und wirklich zehn mal ich sag nicht zehn mal damit sich viel an wirklich zehn mal die leute die ich hier bisher getroffen habe auch sei es hier passanten was weiß ich nicht was alles super super wenn sich dann aufgeschlossen der kommunikations freudig freundlich freundlich ist auch ein gutes wort ja also bisher wir haben natürlich auch andere ecken ja auch gerade so obdachlosigkeit finde ich kriegt hier noch mal eine nummer mehr rein so weil also hier ist phasenweise schon echt hart ja hier sind auch so zwei drei straßen zum hotel wo ich so wenn ihr auch schon gesagt habe da muss man muss man jetzt nicht lang latschen aber ansonsten bisher sich so gehört habe ist das downtown gar nicht so so beliebt ist hier bei den leuten eher so außerhalb weil la wohl eher sehr sehr flach sein soll und hier halt alles so hoch bebaut ist aber bisher bin ich bin ich bin ich super positiv überrascht also auch gerade von den menschen die man hier so trifft so sieht jetzt auch nicht zwingt alle immer was mit wrestling zu tun haben nur weil jetzt hier wrestlemania wochenende ist aber super super freundlich ja also kippitoppi vor nxt haben wir dann natürlich noch mal ein abstecher in den superstore gemacht dies hat aber aufnahmetechnische gründe gehabt und zwar haben skate und jespan einen aufnahmetermin gehabt für 2k 23 vor ort gegen den amerikanischen youtuber und rené hat seinen aufnahmetermin abgesagt weil das hätte sich ein bisschen gebissen mit nxt stand and deliver und da wollte er unbedingt hin deswegen waren wir noch mal da und ja am ende habe ich auch wieder was gekauft so die jungs haben jetzt hier gleich ihren aufnahmetermin und wir tigern jetzt gleich rüber zur nxt ich zeige ich habe schon wieder was gekauft das kannst du dir auch nicht ausdenken aber das war gestern nicht in meiner größe hier und heute sind da seht ihr später ich zeige es euch jetzt noch nicht so wir sind da bruder können wir reden was das für plätze sind und da haben wir also drain komm mal raus da jetzt trau dich mal hey jungs hier ist eine stimmung das ist der hammer alter wie laut das ist so hier wenn es die leiter aufgebaut die plätze die sind da der oberkracher alter oder wir sind hier genau hinter der ganzen technik wenn wir auch zur lese macht eine arbeit da war dies mit der büro sind mal immerhin oder über 10 hier aber es ist krass es ist halt vorne zum beispiel wenn ihr da seht da ist alles frei aber das ist eine stimmung hier so so richtig aggressiv ich finde das geil so und jetzt geht's los alter hol die leitern raus und ab die post ja was soll ich sagen nxt war awesome es hat so super viel spaß gemacht nxt ist einfach geiles wrestling so also das macht richtig laune zuzuschauen wenn ihr und ich hatten so ein bisschen probleme weil weil wir es in der vergangenheit nicht mehr so akribisch verfolgt haben meine nxt zeit war so mit adam cole schinske baylor sammy zane kevin owns so da musste man sich ein bisschen rein finden aber die haben alle einen super job gemacht die stimmung war eine 10 von 10 und es war ein guter einstimmer für wrestlemania tag nummer eins ich hoffe dieser film banner ist nicht so ein problem aber da sieht man einfach mehr von von meiner aufnahme ich hoffe das geht klar so nxt zu ende gute show sehr sehr gute show gute stimmung da hätten wir gerade auf votos gemacht nikita lions war in der crowd mit drin wir haben ja auch erst voll spät erst erkannt wir haben jetzt die letzte vorbereitung für wrestlemania wir klären gerade noch mal ein bisschen ab und dann was wolltest du noch mal zum superstore wir verbringen mehr zeit im superstore wie im hotelzimmer aber so ist der nxt auf jeden fall ein guter anheizer gewesen ich merke mir geht es körperlich besser aber meine stimme geht gerade irgendwie so ein bisschen weg ich muss mal gucken wie ich da gleich drübe ich muss auf jeden fall irgendwann essen weil mein körper hat gerade keine reserven wo der irgendwie so ein bisschen krankheit kaschieren kann ich hoffe das bricht nicht komplett aus weil habe ich gar keinen bock drauf aber mal schauen marcello so renne ist jetzt auch in der haus ja wir wollen jetzt gleich einmal wieder lustig an zum superstore vorher wollen wir die moped saufen das ist ein hydration drink ich glaube das ist so ohne zucker keine ahnung was und das ist ein energy ding also ich verfolge ja jetzt nicht unbedingt logan und kate sei mit denen du kennst aber die dinge alleine die jahre mit seinem prime also es soll sehr also es ist auf jeden fall was gesundes ist schon mal was gutes ja das aber das hier doch das ist aber dieses blueberry alle sagen der blueberry ist ist das genau wieder kalorien also damit werden wir halt dass die wenig kalorien haben ich ihn tut hat nach rüber behalten das riecht echt nach schwimmen war früher das schmeckt alter wie wenn in so einem in süßigkeiten laden gehst und da sind diese was weiß ich alter chupa chups dosen und sowas kennt ihr mit sicherheit genauso schmeckt das ist übersüßes süßigkeiten blaubeer geschmack erkennt sie auch so wasser eis das ist wie wenn du wasser eis nicht gefroren hat sondern flüssig das trinkt das ist keine ahnung also das ist nicht schlecht aber ich würde davon keine pulle trinken kannst du gerne probieren das ist okay das schmeckt wie zitronenkuchen zum trinken ja kommt auch hin also ich finde das hier schmeckt besser der schmeckt besser als 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 dieses hydration ja und das schmeckt auch das schmeckt auch besser finde ich als red bull ich bin kein also ich muss dazu sagen ich bin kein großer red bull trinker ich trinke auch nicht auf red bull aber das ist mir zu süß also ich würde nicht mal eine ganze dose davon schauen es sei denn logan paul ist irgendwie interessiert an der corporation da im hitze it's great ist es werde ich also meinst ist einfach zu süß das ist einfach viel zu süß das ist so ein dingen wo du durst hast das trinkt und hast danach mehr durst als vorher haben wir dann auch abgehakt ja so dinge die muss halt hier machen wir ziehen uns jetzt an ich glaube ich werde aber jetzt die kamera nicht noch mal mitnehmen wenn wir im superstore sind wir gehen komplett ohne kameras hin wenn er hat sein handy auch oben weil das laden muss ich muss meins ja auch laden ich nehme es aber denke ich mit weil so lange werden wir da ähnlich bleiben ich muss gucken was ich meine ich kann die jacke nicht anziehen ist es zu warm oder nicht deswegen habe ich mir die ja geholt alter denkst du ich bin damit zu hause rum wenn ich zum bäcker gehst du hast ja immer noch morgen nach wie wird das wetter morgen wenn es noch wärmer wird ich durchfahren ja klar gesagt dass es überraschend warm ist aber dass es auf jeden fall kühler wird heute noch ja dann nehme ich die mit zur not bin ich mir die rum und gut ist gut dann haben wir so geklärt kauf die jacke ladies wir sehen uns gleich wieder wir sind jetzt unmittelbar vor der selfie stadium wir sind jetzt mit dem ruba gefahren was gar nicht 35 minuten aber hier ist ja gefühlt 24 7 rush hour also das sieht von hier schon sehr beeindruckend aus wir haben jetzt hier in irgendeiner siegelung geparkt hier ist schon alles voll ne überall stehen die brüder hier ich bin gespannt ich schalte mal um für euch über renés bierne kloppt das teil so ein bisschen auf alles so hat einer einen witz gemacht alles mit palmen und weiß ich nie was das könnte es sehr sehr einschüchternd werden glaube ich wenn man da reingeht ich glaube das nicht zu vergleichen mit irgendeinem fußballstadion oder sonst irgendwas ich glaube die riders oder so spielen da drin meint zumindest gehört zu haben falls da falsche informationen sind vergisst was ich gesagt habe schon gut war los unser bett heißt einfach wir haben echt glück und dann standen wir vor diesem monster es war sehr laute musik weshalb ich jetzt hier einmal kurz über voicen muss und ich habe irgendwie wieder den filmraum grad fahrer nicht da jetzt wieder da wie sage ich hoffe das ist kein problem aber so seht ihr einfach am meisten weiß nicht wie das hier ist mit mit film hier vorbereiten liegt jetzt schon wieder mucke da müssen wir mal ein bisschen schauen wie wir da dribbeln aber leck mich am seil alter also ich bin mal wieder geflasht was ist das denn bitte also ich habe ja schon viel gesehen an konstruktion aber das dinge in der zerschießter ja alles alter fahrer müssen jetzt unseren eingang finden wie das hier alles schon rundherum aussieht das ist wir konnten gerade schon ins stadion reingucken das hat den anschein als wenn es in den boden reingeht ja weil dieser video ich nenne ihn jetzt video kreis obenrum der ist bei uns hier gefühlt komplett auf augenhöhe wenn wir ums stadion rumlaufen das ist so beeindruckt kann sein dass es mich gleich komplett aus den latschen kicken wenn wir im Stadion drin sind lecken auch noch ein anderes problem in meinen akku zeigt an 60 prozent dann wird hier der absolute tanz auf der rasierklinge werden ich muss ein bisschen schauen was ich wie aufnehmen kann weil wir dürfen halt keine kameras mitnehmen ich hoffe das handy macht mir keinen strich durch die rechnung weil ich so viel wie möglich aufnehmen will ich weiß aber auch noch dass wir morgen hier sind ja deswegen werde ich heute ein bisschen schauen also wie log ist ja sowieso tag eins tag zwei dass ich vom tag zwei einfach noch mal ein paar andere eindrücke für euch mitnehmen und das ist immer noch ungewohnt mit handy zu filmen weil ich muss da reingucken und gucke immer dahin ladies ich melde mich wieder wenn wir drin sind das ist ich kann es euch hier einmal zeigen und es muss da unten als das im stadion palmen drin immer da oben stehen sie auch schon es ist so surreal alles Freunde wir sind drin ich lasse die bilder für sie sprechen es ist so geil das ist es ist es 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 ist es ist es es ist es es ist es eine Ich weiß nicht, was hier heute passiert, es sind so viele Menschen hier, es ist so laut. Die Stages sehen einfach nur wild aus. Und den käme ich sie, man. Unglaublich. Ich darf gar nicht daran denken, wir sind morgen noch bald hier. Jedes andere Stadion, wo ich bisher war, war das Kindergeburtstag. Wir sind jetzt hier gerade eine halbe Stunde durchs Stadion geladen. Es ist so riesig, es ist wie eine eigene Stadt dieses Stadion, so viele Ebenen. Und der Ring da oben ist quasi auf Mordsteinhöhe, draußen, wo wir rumgelaufen sind. Es geht so weit in den Boden rein, es wird so wild werden hier, Alter, lecker mal hier. Es ist krassig. Kurzes Update für euch. Das match ist gerade gestartet, Sina gegen Austin Siri, wir wurden noch weiter nach vorne gesetzt. Easy. Es sieht über der Kamera viel weiter aus, wie wir eigentlich sitzen. So, ich weiß nicht, ob ihr uns versteht. Äh, hallo? Zwei Matches sind um. Sina gegen Siri. Ich persönlich fand's absolut krack. Aber das Matches hier hab ich am wenigsten erwartet. Also das, das, das Metal 4 Rejective Match war Baba. Absolut Baba-mäßig. Die Stimmung hier ist, es ist komplett krank. Oder? Die Stimmung ist... Ja, das ist auch anziehen. Und ihn aber auch in der Frage, wo du findest du, wenn du das letzte Mal hast. Ein Sina. Aber es ist so beeindruckend, ja. Das ganze Ding ist freudig. Ganz gefühlt, endlos mal oben. Und das ist Wahnsinn. Und die krasse Kacke ging jetzt erstmal los. Das hier ist wie Quidditch. Das ist wie Quidditch, ja. Ganz, ganz krass. Ich hoffe, ich krieg den Engines von Rollins und Sami Zayn und uns auch. Weil dann wird's hier komplett gestört werden. Wir hatten halt immer die Möglichkeit, oben über diesen Würfel alles genauer noch zu sehen. Du hast die Stimmung halt trotzdem mitgenommen aus dem Stadion. Hier war noch ein bisschen Werbung von 2K. Die waren ja auch Partner von WrestleMania gewesen. Nochmal Kuss für die Einladung. Ich kann's nicht oft genug betonen. Dankeschön. Weiter ging's da mit Logan Paul gegen Seth Rollins. Und der Entrance von Logan, du, der war, der war nicht verkehrt. Ja, hab mich so ein bisschen an Shawn Michaels erinnert. Bei WrestleMania, ich weiß gar nicht. Gegen Bret Hitman Hart müsste das Match gewesen sein. Das Iron Man Match. Äh, kann man machen. Kann man machen. In der Prime Pulle, wisst ihr ja im Nachhinein, da war KSI drunter. Da wird ja auch noch ein bisschen spekuliert, ob der gegen Leschner ran muss. Aber dann, Freunde, dann ging's los. No way. No way. Das ist so krank. Absolut kranke Stimmung. Das kommt über Handy nicht mal ansatzweise so rüber, wie's dort vor Ort war. Gutes Match auch gewesen. War sehr unterhaltsam. Danach ging's dann weiter mit Trish, Lita und Becky Lynch. Und dann hat mich auch gefreut, dass ich Lita noch einmal live sehen durfte. Die Frau ist daran schuld, dass ich so eine Schwäche für rote Haare habe. Ja, ich hab die geliebt, die Frau damals. Von daher war das für mich nice to see nochmal. Äh, die ist nicht mehr in ihrer besten Shape, rein wrestlerisch. Aber, ey, ich hab ja trotzdem genossen, ja. Ist für mich ja an der Stelle immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was für Entrance ich reinmachen kann, was nicht. Ich hab Angst vor so einem Copyright Strike. Ihr wisst ja, das geht manchmal sehr, sehr schnell. Gerade bei so Wrestling Entrances. Ich hoffe, das ist trotzdem kein Problemo. Und es ist trotzdem ein bisschen ansehnlich hier. Ja, aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Dann ging's weiter mit Papa gegen Sohnemann. Äh, Dominik Mysterio gegen Rey Mysterio. Dominik, super Entrance. Also wirklich, auch mit seinem Knastdingen da wieder ein bisschen mitgespielt. Die Maske hat er aufgehabt, hat sie dann während des Entrances abgezogen. Super Storytelling. Kann man genau so machen, wann Baba Dingen. Und danach Rey Mysterio. Puh, mein lieber Scholli. Er kam raus mit Snoop Dogg in so einem Cadillac. Und als dann die Mucke von Eddie Guerrero kam, da hatte ich wirklich Gänsepelle am ganzen Körper. Das war so am ersten Abend so mein Moment. Weil ich hab damit nicht gerechnet. Und dann hörst du diese Musik da. Boah. Danach kam dann das Match via Ripley gegen Charlotte Flair. Baba Match. Sehr, sehr stark. Also das war Showlofen für die Frauen-Wrestling-Division, nenne ich sie jetzt hier mal. Krank. Echt sehr, sehr krank. Auch hier wieder vom Storytelling her. Ein Kickout nach dem anderen. Der ist aus dem Pin rausgekommen. Der ist aus dem Pin rausgekommen. Und am Ende dann, aus meiner Sicht, der verdiente Sieger mit Rhea Ripley. Über 80.000 Leute waren an dem Abend da. Und es kam von der Stimmung her nochmal als der Doppelte rüber, ja. Und dann kamen wir zu einer Sequenz, wo, glaube ich, ich und 95% der anderen Leute im Stadion gehofft haben, dass eine Person rauskommt. L.A. Nein. Das ist kein Insult. Das ist nur ein Fakt der Leben. Ja. Der kam natürlich nicht raus. Genau wie den Abend danach. Das kann ich ja hier schon vorwegnehmen. Und das hast du in dem Umfeld von der Stimmung gemerkt. Die Leute waren pisst. Ich meine, hey, come on. Du hast den Hometown-Guy da, der genau für sowas perfekt gepasst hätte. Und du bringst ihn nicht. Come on, WWE. Oder sollte ich vielleicht sagen, come on, Vince McMahon. What do we got on me? A cup of haters? Aber machen wir weiter mit dem Match des Abends. A cup of haters. So, damit ist der erste Mania-Tag zu Ende. Wir sind hier gerade auf dem Weg nach draußen. Also, so habe ich auch noch nie erlebt hier. Oh, ihr seht nur im Endeffekt. Ich weiß nicht, wo wir hier langlatschen müssen. Das ist wie so ein übergroßes Treppenhaus. Kommt ihr da vor. Wir rennen die ganze Zeit schon im Kreis und immer geht es den Schuh von da oben. Das ist der Hammer, Alter. Und überall nur Köppe, Beine, Körper. Wow, und hier sind sämtliche Geruchssorten unterwegs, ne? Also, guckt euch das mal an hier. Das nimmt überhaupt einen Kalender, Alter. Kommt mir vor, als wären wir hier unter irgendeiner unterirdischen Station und kämpfen und kämpfen uns hier ans Tageslicht. Also, Bro, Hilfe. Es war drei Kreuze, wenn wir oben sind, ehrlich. Boah, wir latschen jetzt hier für 25 Minuten nach oben. Ich sehe zumindest mal das Stadion nach und ich sehe wieder Himmel. Junge, ich glaube, wir haben es geschafft. Wisst ihr, wie lange wir jetzt da gefühlt von dem Kreis gelatscht sind? Hilfe. Jetzt nur noch irgendwie rauskommen. Und dann haben wir es. Dann ab in Uber und ab nach Hause. Oder zum Hotel und dann noch was essen, ey. Und danach lasse ich alles einmal Revue passieren. Gerade definitiv zu viel Chaos. So, Freunde, wir haben es geschafft. Da ist das ganze Moped. Ich habe nur noch, was ist das, 9% Akku. Ich wollte jetzt hier grob, wir werden uns im Hotel wiedersehen. Ja, gleich. Wir fahren jetzt zurück. Wir müssen uns jetzt ein Uber besorgen. Aber so ist es auch gut. So habe ich nochmal Zeit, das Ganze jetzt hier zu verarbeiten. Ey, das ist alles so riesig hier. Das ist nicht mehr normal, ehrlich. Und ich muss pesten wie ein Rennpferd, Alter. Und hier ist kein Klo. So, wenn du hier einmal ins Gebüsch gehst, du gehst direkt ins Kittchen. Und da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Auch wenn ich das hier cool finde, aber wenn wir dann übertreiben. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir im Hotel sind. So, wir sind jetzt noch was zu essen holen eben. Wir sind an einem Food Truck, an einem Burger Truck, der keine Burger hat. Super. Jetzt haben wir uns Pommes geholt. Und danach geht es ab ins Hotel. Und da werde ich dann nochmal alles Revue passieren lassen. Aber ich muss jetzt unbedingt was essen. Also das Klappe hier gleich komplett weg. Hatte gerade noch einen harten Fight mit meiner Blase. Also ich war kurz darauf, einen Knoten reinzumachen. Aber war eine Bruchlandung. Von daher easy going. Ich melde mich gleich und nehme uns ist einfach Chad Gable. Perfekt. Ich fass es nicht. Also, äh... Perfekt. Er chillt einfach mit uns hier. Also ich fass es nicht. Also, das ist Amerika. Nicht normal. Endlich im Hotel angekommen, Alter. Meine Stimme ist am Limit. Ja, jetzt gerade geht es wieder so ein bisschen. Draußen war sie weg. Ich mache drei Kreuze. Bitte, bitte morgen alles entspannt. Äh, ja, ihr seht hinten den View so ein bisschen. Ich kann noch nicht in Worte fassen, was da heute passiert ist. Also es war... Ich bin ins Stadion reingekommen. Ich hatte komplette Gänsepelle. Es ist... Keine Worte dafür. Ehrlich. Absolut gar keine Worte dafür. Äh, ich weiß nicht, wer von euch oder ihr werdet Wrestlemania gesehen haben. Krassster Moment für mich am ersten Tag tatsächlich der Entrance von Ram Mysterio. Als die Mucke von Eddie kam... Puh... Also Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Also es war eine Stimmung beim Rawlins-Logan-Paul-Match. Puh... Ja, und Zayn owns mit dem Titelgewinn am Ende noch. Dann war komplett... Schakalaka da angesagt. Und morgen ist Tag 2. Ich hoffe, hoffe wirklich, dass das ansatzweise hier vernünftige Vlogs werden. Oder zumindest so ein bisschen die Atmosphäre rüberkommt. Ich bin gnadenlos überfordert hier. Ehrlich. Das sind so unfassbar viele Eindrücke. Morgen steht an WrestleCon. Vor Wrestlemania Tag 2. Ich weiß nicht, ob ich da filmen darf. Wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen informiert. Aber die einen sagen das, die anderen sagen das. Für diejenigen, die von euch nicht wissen, was eine WrestleCon ist. Dort sind eigentlich alle Wrestler, die keine Matches haben. Jetzt nicht zwingend von der WWE. Aber auch von der WWE Legenden zum Beispiel. Also da sind jetzt unter anderem Namen morgen wie Tati Biasi, Jake the Snake Roberts, Lex Luger, die Steiner Brothers, Kevin Nash. AEW Stars sind auch da. Unter anderem Adam Cole, was so einer der Prämissen ist, warum ich da hin will. Und Kevin Nash. Also die beiden. Da werde ich mir auf jeden Fall ein Foto snacken. Das muss sein. Jetzt ist für mich Bettkarte stempeln angesagt. Plus ich werde jetzt noch die Dateien rüberziehen. Ich mache mir auf meinem Laptop immer so Ordner mit Tag 1, Tag 2, Tag 3. Dass ich zu Hause quasi direkt loslegen kann. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen von euch, der diese Vlogs hier verfolgt. Ich muss jetzt unbedingt ins Bett. Ich brauche Schlaf, damit ich morgen wieder ansatzweise auf dem Trichter bin hier. Ja, ich pisse mich. Vielen, vielen Dank an Türkei. Also ein Dank erreicht das schon fast gar nicht. Das ist, keine Ahnung. Das ist ein Kindheitstraum, der eigentlich nie so wirklich greifbar war. Weil ich mich auch immer schwer tue dann mit USA. Ich war noch nie in den USA. Und das waren so viele Sachen auf einmal, die das erste Mal gewesen wären. Und dann jetzt hier sowas miterleben zu dürfen. Das ist verrückt. Ehrlich, das ist absolut verrückt. Und in diesem Sinne sage ich Daumen nach oben auf dieses Video. Wäre ein absolutes Träumchen. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Die Dayo. Auf Wiedersehen. Das ist three Mal. Untertitelung des ZDF, 2020